Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine Überraschung mitgebracht. Und zwar, der Wildsin ist am Telefon. Und nicht nur der Wildsin erreicht mich auch weiter an seine tolle Elena. Und die Elena, die versucht mir wieder was zu verkaufen. Obwohl der Wildsin schon weiß, dass eigentlich, naja, die Chancen da sehr gering sind. Aber da wir mal mit Elena sprechen wollten, haben wir jetzt die Elena ans Telefon bekommen. Zumindest die angebliche Elena. Oder vielleicht doch nicht? Mal sehen. Auf jeden Fall hat sich der Wildsin nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder gemeldet. Allerdings habe ich auch eine traurige Nachricht für euch. Ich glaube, das war wohl der letzte Anruf von unserem heißgeliebten Wildsin. Ich weiß es nicht, ob die anderen Scanbater den Wildsin auch nochmal am Telefon hatten. Oder jetzt zur Zeit noch haben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr was darüber wisst. Aber, naja, soweit ich weiß, ist die Webseite von unserem netten Wildsin dicht. Und ich weiß, glaube ich, auch so langsam, von wo der Wildsin kommt. Der Wildsin, der scheint aus Russland zu kommen. Denn ich habe was über seine Webseite gefunden, durchgestrichen. Also einen Screenshot von der Webseite durchgestrichen. Aber alles auf Russisch. Von daher denke ich mal, dass es ja irgendwie eine russische oder albanische Plattform so in die Richtung ist. Das ist Ukraine. Ich glaube, die haben ja ähnliche Schriftzeichen. Tja, leider, leider heute wahrscheinlich das letzte Mal mit dem Wildsin. Ich gebe natürlich die Suche nicht auf und versuche, den Wildsin nochmal zu finden. Ob es ihn noch gibt, in einem anderen Callcenter oder einfach nur unter einer anderen Webseite. Allerdings, tja, stellt sich das Ganze natürlich ziemlich schwierig raus, weil es gibt einfach hunderte von diesen Betrügerplattformen. Aber nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der vorerst letzten Folge von Wildsin. Ja? Wer ist am Telefon? Der Wildsin. Hallo? Meine Liebe! Ja? Wie geht's? Ganz gut. Das freut mich. Hab ja schon lange nichts mehr von dir gehört. Ich war ein bisschen krank. Oh, schon wieder? Ja, wieder. Aber nicht Corona? Doch, Corona. Ach du Scheiße. Und? Ja. Wie war es so? 2 Wochen einfach. Ich habe nicht so viel gegessen. Ich war wirklich nicht so gut. Na ja. Aber jetzt bin ich wieder in meinem Büro zu arbeiten und Training machen für die Kunden. Was ist los mit dir? Nichts Besonderes. Du bist nicht so gut. Du bist vielleicht nicht der beste Tag. Ach, das geht. Das ist ja bei uns ein bisschen Schneewetter heute und so. Du bist mein Lieber. Wirklich. Ich liebe dich so viel. Ich liebe dich so viel. Ja. Ja. Die anderen YouTuber, die beleidigen dich ja immer, habe ich mitbekommen. Wirklich? Ja. Ja, können wir das machen? Nee, beleidigen ist scheiße. Warum? Das macht man doch nicht. Hast du nicht mehr einen Channel in YouTube? Ja, ich habe doch auch einen, ja. Aber wie heißt dieser Channel, Mann? Na, den musst du suchen. Ja, sag mir, wie? Nee, sage ich dir nicht. Du willst einen Channel, Mann. Ja. Weiß ich. Aber dadurch, dass es ja mittlerweile so viele unzählige Videos von dir gibt, wird's glaube ich... Ich habe einen neuen Freund. Ja. Ja. Wer heißt Jansson? Ja, was? Jansson? Jansson. Aha. Aha. Der kommt von Russland. Mhm. Ja, und ich komme auch von Moskau schon. Und das glaube ich Ihnen in der Tat auch, dass er vielleicht sogar wirklich aus Moskau kommt. Tja, vielleicht hätte er nicht so wirklich immer am Telefon sagen sollen, wo er denn tatsächlich herstammt. Denn wie gesagt, seine Webseite ist ja dicht. Und das war auch alles auf Russisch, was ich dazu gefunden habe. Und, naja, schade um den Wildsinn. Zumindest schade drum, dass wir ihn hier nicht mehr in den Videos hören werden. Oder wahrscheinlich nicht mehr hören werden. Aber, tja, vielleicht hat er einfach viel zu offen mit den Karten gespielt, was er eigentlich für jemand ist und was er so für Absichten hat. Ich meine, er hat ja dem Betrug nie so wirklich zugegeben. Allerdings war er zumindest von unserem Kanal hier der Lieblingsbetrüger und man hat ihn ja auch bei anderen Scambaytern gehört. Aber, ich liebe dieser Mann. Vielleicht der ist besser als Sie. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß das. Weil du bist mein Freund. Der ist auch mein Freund. Achso. Ja. Sehr interessant. Du bist... Ich liebe dich, ja wirklich. Aber ich liebe mehr Herr Janssen. Achso. Ja, kann man ja aufteilen. Der liebt Hunde. Wie, 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 wie innen die Katze oder was. Mhm. Der nimmt auch, äh, zu viel Drogen oder ich weiß nicht, was hat der mir gesagt. Ich nehme Kokain oder... Ja, das, äh, denken die Leute bei mir im Chat auch immer. Dass du entweder besoffen bist oder hat zu viel Drogen genommen hast. Nimmst du auch Drogen, also Marihuana oder Koks? Ach, das dürfen wir doch auf YouTube gar nicht so veröffentlichen. Ja, du bist ein guter Mann, wirklich. Ich bin jetzt dein bester Mann in dieser Welt, wirklich. Ja. Wann ich höre eure Stimme. Mhm. Und wenn ich bin, also müde oder etwas so. Aber ich höre Gerhard Steuern im Apparat. Und ich habe eine Lust. Ja, klingt auf jeden Fall da entspannt bei euch im Callcenter. Ich kann im Kontakt mit, mit Ihnen reden, Herr Mann. Ja. Mhm. Und, wie, hat ihr Channel gelöst, also die YouTube-Channel? Was ist mit dem Channel? Also hast du einen YouTube-Channel, oder was? Ja. Lügst du mir vielleicht? Was? Nee. Ah, okay. Also, wann war das letzte Video? Was haben Sie für YouTube gemacht? Na, kommt doch jeden Tag bei mir ein Video. Jeden Tag? Jeden Tag. Sieben Tage die Woche, ja. Ah, das ist super, Mann. Und, was für ein Video machst du? Na, über die Betrüger aus dem Callcenter. Na, mal wieder? Über die Betrüger aus dem Callcenter. Was ist ein Callcenter? Na, ja, da wo ihr so sitzt. Also, ein Raum mit vielen Telefonen und Mitarbeiter, die die Telefone bedienen. Das ist ein Callcenter. Nee, Mann. Ist etwas anderes, die Callcenter. Ja, was denn? Ich denke, es sind die Betrüger oder etwas so. Was arbeiten mit so vielen Leuten mit diesem Callcenter? Da kommt es ja nicht auf die Menge der Mitarbeiter zu an. Ich bin auf jeden Fall jetzt. Bei euch sind ja bloß drei oder vier, aber dann ist es halt ein kleines Callcenter. Na, ja, du kannst nicht ein Callcenter haben mit drei oder vier Personen. Na, ja, schon. Also, ich meine, wenn die Mitarbeiter da nur sitzen zum Telefonieren und immer wieder der gleichen Arbeit am Computer nachgehen, Daten zu pflegen, tja, das ist eigentlich schon die Definition von Callcenter. Da gibt es natürlich verschiedene. Kundenservice oder eben halt hier, wie in diesem Fall, Betrug. Tja, aber der Wildsinn, na, ja, den haben wir ja trotzdem irgendwie gerne. Auch wenn er zu den Betrügern gehört, aber irgendwie haben wir ihn ja doch lieb gewonnen. Ja, wir sind die besten Unternehmen. Das Beste? Ja, Back FX Trade. Ja, und wer sagt das? Hm? Wo steht denn das? Das steht in London. Aha. Ja. Ja, natürlich. Aber hier sitzt ja nicht in London. Nein, nein, wir sitzen in Frankfurt. Nee, da auch nicht. Und in Leipzig? Ja, Mann. Gar nicht. Warum meinen Sie? Ja, glaube ich nicht. Aber du bist ein Schauer, Mann. Du kannst etwas meinen. Hm. Du kannst etwas denken. Hm. Ja, sag mir, wo meinen Sie wirklich? Welches Programm nutzt ihr eigentlich zum Rufnummernspufen? Machst du Spaß? Nee, aber du rufst ja mit einer gespufften Rufnummer an. Also so, wir sind die Zentralinemann. Wir haben zu viel Arbeit und sowieso die ganze, die Unternehmens einfach hat eine gleiche Nummer. Naja, da flunkert er wieder ein bisschen. Aber naja, er fand es ja auf jeden Fall auch lustig, dass ich das wusste mit dem Spoofing. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, so wie er sich da, ja, oder so wie er darauf reagiert hat, wird das Ganze schon irgendwie hinkommen. Und er weiß es auch. Also letztendlich ist das ja da auch kein großes Callcenter, in dem wir da uns befinden. Das gehört eher von den, oder zu den kleinen Fischen. Tja, weg ist es mittlerweile trotzdem leider. Oder, was heißt leider? Also leider natürlich nicht. Wir sind ja immer froh, wenn die aufhören. Aber schade drum, dass wir den Wildsten hier eventuell nicht mehr hören werden. Naja, aber bei dir steht ja jedes Mal eine neue Nummer im Display. Und zurückrufen kann man sie ja auch nicht. Natürlich, weil wir sind eine Zentralin. Ja, aber deswegen muss man ja die Nummer zurückrufen können. Wollen Sie das, Methode? Hm, was? Wollen Sie das, Methode? Was, Methode? Also, wo Sie können zurückrufen? Ja. Aber Sie müssen Geld anzahlen, der noch hat. Nö, Geld zahle ich bei euch nicht ein. Das ist ja dann nur weg. Da kauft sich ja bloß irgendeiner von euch einen neuen Porsche. Es kostet im Monat 2000 Euro, Mann. Was denn? Ja, wenn Sie wollen mit mich reden. Achso, nö. Klappt doch auch kostenlos ganz gut. Aber wir sind schon Freunde, Mann. Und du willst mit mir reden. Jo, bringt ja Klick. Willst du mit Elena reden? Ja, die Elena hatte ich ja schon dran. Die kann ja kein Wort Deutsch. Ja, sie kann Deutsch, aber ich habe mit sie einfach Spaß gemacht. Achso. Ja, Sie können nur 30 Sekunden mit Elena reden. Ja, dann gib mal Elena. Hallo? Ja, hallo, Elena. Hallo, Geräusch. Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und euch da so im Callcenter? Ich frage mich sehr. Bitte nochmals. Wie geht's bei euch so im Callcenter? Was heißt das denn? Wir sind in einem Callcenter. Kein Callcenter? Nein. Was denn dann? Wer hat das gesagt? Ja, ich. Bitte, ich bin ein privates Finanzberater. Was heißt das denn? Wir sind in einem Callcenter. Wo kommt dann denn? Tja, auch wenn sie sich selbst nicht als Callcenter sehen, aber letztendlich ist es ja die Definition davon, wenn ein paar Leute in einem Raum sitzen und alle telefonieren und irgendwelche Daten im Computer einklimpern, die man am Telefon durchgesagt bekommt. Tja, aber das ist hier definitiv, sie hat es ja gerade selber gesagt, sie ist eine private. Also ich gehe davon auch aus, dass das da wirklich nur ein ganz, ganz kleines Callcenter ist mit fünf, sechs Handels, weil mehr hört man ja da im Hintergrund auch nicht. und naja, dass die den Betrug mehr oder weniger privat durchgezogen haben, auch wenn der Betrug mittlerweile aufgehört hat, hoffe ich zumindest. Es kann natürlich auch immer sein, dass sie einfach nur einen neuen Namen angenommen haben oder die haben so viel Geld verdient, dass es ausreicht und die sich mittlerweile einfach nur aus dem Staub gemacht haben. Das könnte es natürlich auch gewesen sein. Achso. Ich melde mich von BankFxTrade. Ja, weiß ich. Ja. Ja. Wozu haben Sie das so gedacht? Ja, weil letztendlich habt ihr ja den Datensatz von mir auch von so einer Betrugerwerbung aufgekauft. Ja, wir haben so viele Leute geholfen, in sehr schlechter Situation, weil wir sind gegen Betrüger irgendwie. Achso. Ja gut, so kann man das natürlich auch aussehen. Müssten Sie auch Ihre Geld wieder zurück in Ihrem Mannkonto haben? Nö, ich habe ja kein Geld eingezahlt. Haben Sie nicht? Nö, aber ich unterhalte mich so immer mit dem Wülzen, der ist ja ganz nett. Aha. Oder möchten Sie mit mir gerne arbeiten? Also kann man mit einem kleinen Kapital anfangen. Ich gebe Ihnen noch Informationen und dann machen wir Profite. Wenn Sie Profite machen, dann ich komme zu Ihnen. Sie können mir gerne Einsatz rein. Ach, ihr macht Hausbesuche? Ähm, Hausbesuch. Wenn Sie so gut bist und, äh, natürlich sehen Sie gut aus, warum nicht? Ja, ich denke schon. Ja? Kann ich mal einen Pifferenz haben? Nö. Und nicht? Nee. Also ich mag die Stimme sehr, sehr gerne. Ja, das höre ich erst dann. Danke. Ja. Äh, Geld? Mhm. Können Sie sich da überlegen, ob Sie jetzt hier arbeiten möchten? Ob ich bei euch arbeiten möchte? Ja. Also mit mir, meine ich. Nee. Warum denn nicht? Wie viel verdient man denn da bei euch pro Stunde? Pro Stunde? Es geht nicht an Stunde. Es geht jeden Tag. Es kommt raus an, wie viel, was macht die Marktbewegung da? Aber es kommt dann auch, äh, mit welchem Stabkapital anfangen Sie da halt. Ja, und wie viel kriegt man so als Mitarbeiter pro Stunde? Mitarbeiter pro Stunde? Ja. Nein. Nee? Also ich sag denen, du haben, warum haben Sie so alles, die Sie im Kopf? Weiß ich nicht. Ich gebe Ihnen Informationen, merken Sie sich da mal noch kurz in der Registrierung. Also ich finde es ja schon wirklich irgendwie krass, dass die Tante es auch unbedingt nochmal versuchen muss, mir das Geld irgendwie aus den Rippen zu leiern. Naja, wahrscheinlich hat sie nicht das ganze Vorspiel mit Wilson und seinem Kumpel mitbekommen. Und ich weiß es wirklich nicht, ob die jetzt vielleicht auch neu da noch war. Also wir hatten ja zwischendurch auch mal einen neuen Mitarbeiter da bei dem im Callcenter sitzen, der es versucht hat. Tja, nun haben es ja mittlerweile schon vier Leute aus dem gleichen Callcenter versucht und ich glaube, das waren dann auch schon fast alle. Ach ja, die fünfte ist ja auch noch die ausländisch sprechende Dame, die wir da am Telefon hatten. Das gab es ja auch in der Zwischenzeit. Ja, also es spricht ja wirklich nur dafür, dass da auch nicht mehr als fünf Leute arbeiten. Ich glaube, die haben wir da alle durch schon mittlerweile. Naja, und jeder hat mal sein Glück probiert, mir das Geld irgendwie noch aus den Rippen zu leiern. Tja, fragt sich nur immer, wie die auf die Idee kommen, dass man bei mir noch Geld holen kann. Gerade wenn man da so oft schon in dem Callcenter gelandet ist und man ja schon freundlich per Du mittlerweile ist, weil man es schon lustig findet, dass man sich so oft am Telefon hört. Ich weiß es nicht. Ich finde hier bei ihr ist auch sehr, sehr auffällig, dass sie recht gut Deutsch sprechen kann. Also sie hat zwar einen leichten Akzent, der so Richtung, tja, Osteuropa deutet, denke ich mal. Aber, tja, Deutsch sprechen kann die. Und der Wildsinn, der ist ja jetzt auch nicht so schlecht im Deutsch sprechen, auch wenn er sich total versoffen anhört. Aber das hat er mit ihr hier irgendwie auch gemeinsam. Ich denke, die trinkt, glaube ich, auch gerne während der Arbeitszeit. Ja. Dann, gut. Sind Sie jetzt zu Hause, wenn ich fragen darf? Ich bin zu Hause, ja. Da bin ich meistens. Gut. Haben Sie einen Computer dabei? Einen Computer kann man ja nicht dabei haben. Einen Laptop hat man dabei. Oder ein Handy. Oder ein Laptop. Einen Computer, der steht ja fest. Den kann man ja nicht dabei haben. Okay, aber Laptop reicht mir. Ja, einen Laptop habe ich nicht mehr. Ich habe nur einen Computer stehen. Computer stehen? Ja, der steht. Können Sie anmachen, bitte? Der ist schon an, der läuft eigentlich immer. Okay. Gehen wir zusammen in Google Chrome, zeige ich Ihnen was. Und dann? Ja, und dann zeige ich Ihnen, ich mag nicht etwas Schlimmes für Sie, Gerald. Ja, und eure Seite kenne ich ja schon, Bank of X-Trade. Da habe ich ja schon, weiß ich nicht, 20 oder 30 Konten. Ja, ich kann Ihnen noch etwas zeigen von unserer Bank. Und dann können Sie gerne mit mir eine kostenlose Befüllen hinterlassen. Direkt danach können Sie Startkapital mit mir anfangen. Und natürlich werden wir zusammen Procedure erreichen. Das ist auch unser Ziel, ne? Ich mache mal einen Tor-Browser auf, Moment. Ja. So. Ach, das installiert erst mal Updates. Moment. Okay. Wo soll ich denn drauf gehen? Okay, verwenden Sie AnyDeskko-Atelier. Nee, AnyDesk installieren wir nicht. Wieso nicht? Ja, ist ja Remote Desktop Software. Das hat ja nichts mit Bankgeschäften zu tun. So was macht man nicht. Sie können noch mal installieren, Gerald. Nee. Warum denn nicht? Ich nutze VNC und Remote Desktop. Viel Sager, Gerald. Ich müsste gerne mit Ihnen arbeiten. Ich würde Ihnen jede Informationen weitere leiten. Und wir müssen auf jeden Fall in Verbindung zusammen sein. Deshalb brauche ich schon AnyDesk. Tja, eigentlich ist es auch beeindruckend, dass der Wildsinn Sie ins offene Messer rennen lässt. Und sie das auch noch mal so lange mit mir probieren lässt. Denn letztendlich wusste der Wildsinn ja Bescheid, dass sie an mir jetzt nur ihre Zeit vertrödeln wird. Und letztendlich, dass sie nichts mit uns verdienen wird. Tja, ich weiß es nicht, was die sich dabei denken, das jetzt hier immer und immer wieder zu probieren. Zumal die ja nun wirklich aus diesem Callcenter echt wissen, dass ich es nicht ernst meinen kann. Tja, aber irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht haben die wirklich zu viel Zeit. Also hier habe ich ja immer wieder geschätzt, dass die einfach wirklich zu viel Zeit haben und darauf warten, bis mal der Nächste anruft und dann mehr Leute arbeiten als Datensätze reinkommen. Aber wer weiß. Ich meine, keiner kann in die Köpfe dieser Betrüger reingucken. Aber letztendlich ist es schon irgendwie ulkig, dass die das immer und immer wieder probieren. Achso. Ja, und magst du eigentlich den Wildsinn? Den Dennis? Noch mal. Magst du Dennis? Der, der meinen Sie? Na, den Wildsinn. Ja. Ja? Der ist noch gut, der Junge. Der mag viel Spaß mit Kunden, aber trotzdem, der kann sehr gut arbeiten. Der ist ein Expert in dieser Richtung. Achso. Ja. Ja. Ja, der Wildsinn, den hören ja die Zuschauer ganz gerne. Noch mal bitte? Ich sage, den Wildsinn, den hören ja die Zuschauer ganz gerne. Nur dich kennen sie noch nicht, aber das ändert sich ja jetzt. Ja, ja, wir kennen uns. Also, ich brauche jetzt mal von ihrer Zeit und ihrem Vertrauen. Dann werden wir zusammen mit einem festen Termin jeden Tag. Jeden Tag? Ich werde ihnen alles erklären, der Wildsinn. Sie hat ja ein tolles Stichwort genannt, und zwar Vertrauen. Tja, und das kann tatsächlich auch eine Masche sein, dass die hier so viel und so hartnäckig sind und so viel am Telefon sind. Denn, naja, wer es immer wieder probiert, kann natürlich vielleicht auch irgendwo Vertrauen aufbauen. Und selbst wenn es nur auf Kumpel-Ebene ist. Ich denke mal, der ein oder andere, der wird sich davon vielleicht wirklich einlullen lassen. Und, naja, wir haben ja das Callcenter nicht nur hier auf unserem Kanal so oft schon an der Leitung gehabt. Der Andreas Schmitz, der hat es ja nun auch schon mehrmals durchgezogen und den Wildsinn dran gehabt. Auch wenn da die Gespräche immer anders verlaufen sind als bei uns hier letztendlich unterm Strich. Es ist schon Wahnsinn, ne? Also der Wildsinn und sein Callcenter begleiten uns hier nun schon extrem lange. Haben Sie AnyDesk schon? Nee. Haben Sie noch nicht installiert oder was? Nee. Okay, dann warte ich noch. Worauf denn? Ich installiere doch gar kein AnyDesk. Sie sind nicht in der Welt. Ich werde ganze Zeit, wie Sie... Naja, denn, weil sonst seht ihr ja die ganzen Nacki-Dai-Fotos von dem Wildsten. Uff, mein Gott, nee, das würde ich nicht mal anschauen. Ich möchte gerne, wie gesagt, ein paar Informationen über unsere Person, unsere Bank, wie wir arbeiten, ob sie dann zufrieden wären mit uns oder nicht. Naja, wie ihr arbeitet, das habe ich ja schon rausgefunden. Nochmal? Ich sage, wie ihr arbeitet, das habe ich schon rausgefunden. Ne, AnyDesk sagt ja eigentlich alleine schon alles. Äh, geil, bitte, ja. Weil ich habe auch einen 20 Minuten einen Termin. Deshalb bitte Ihnen, Ihr AnyDesk bitte zu installieren. Ja. Hm. Was macht denn der Wildsten gerade so? Was macht der? Hm. Der Wildsten, was macht denn der gerade? Der ist, äh, mit einer Kunde hat einen Termin gerade, deswegen weiß ich, wie ich hier. Achso. Und der, äh, der, 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 der Wildsten hat jetzt einen genesenden Schein? Welchen Schein? Na, der Wildsten hatte doch Corona. Ja, hat er gehabt, aber jetzt ist alles in Ordnung, Gott sei Dank. Ja. Der ist wieder ins Büro. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich wieder eine neue Anmeldung machen muss, weil ich habe schon wieder so viele Telefonate dazwischen aufgezeichnet. Ne, ne, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie jetzt, äh, mit mir arbeiten, dann, äh, mache ich alles, äh, überall an Sperrung. Dann werden Sie keinen Handruf mehr bekommen, äh, Gerold. Ja, das hat ja der andere Mann da schon bei euch im Callcenter versucht. Mit dem habe ich mich auch schon unterhalten. Und der hat es auch nicht geschafft. Ja, oder Gerold, bitte, bitte, Sie müssen das nicht so denken. Callcenter, Callcenter. Ja. Also das Krasse ist ja immer wieder hier an der Geschichte, dass die ja wissen, dass meine Anmeldungen eigentlich nur Blödsinn sind. Und, ähm, tja, denen definitiv nicht dazu dienen, irgendwie was an mir zu verdienen. Aber versuchen tun sie es immer wieder. Schon interessant, wie hartnäckig die eigentlich sind. Die Betrüger aus dem Callcenter, ne? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sind privat. Wir haben eine Plattform und Sie werden zeigen, ob Sie dann wirklich mit uns zufrieden sind oder nicht. Wenn nicht, dann können Sie hier eine Kapital-Auszahlung lassen und das war's. Aber geben Sie mir eine kleine Chance zu zeigen, bitte, Gerold. Das Krasse an der Geschichte ist ja, sie versucht mir jetzt hier noch mit Engelszungen irgendwie einzureden, dass es ein seriöses Unternehmen ist. Ich meine, wir wissen ja Gott sei Dank die ganze Zeit schon, dass es eben nicht der Fall ist. Und vor allem, habe ich euch ja gesagt, mittlerweile ist die Webseite komplett gelöscht. Man kann nichts mehr aufrufen. Die gibt es einfach nicht mehr. Und das hätte dann natürlich zur Folge gehabt, dass alles, was ich da eingezahlt hätte, wäre dann einfach weg gewesen. Selbst wenn ich jetzt noch die ganze Zeit über dieses Demokonto geglaubt hätte, dass die Webseite irgendwie echt ist und dass ich da wirklich handel und dass die ganzen Leute da echt sind und nicht irgendeine Show abspielen. Aber, naja, jetzt zurückwirkend betrachtet, ich meine, wir haben dieses Callcenter hier über ein halbes Jahr nun mittlerweile schon am Wickel. Und auf einmal sind sie weg. Komplett spurlos verschwunden. Der Login funktioniert nicht mehr und man bekommt einfach nur noch den Fehlercode 404, Webseite nicht mehr vorhanden. Und dass man da eben nichts mehr aufrufen kann. Und genau so würde es eben auch laufen, wenn man da jetzt als normaler Kunde Geld einzahlt und sich von denen hat betrügen lassen. Dann ist man da irgendwann auf der Webseite und die sind weg. Spurlos verschwunden. Ihr seht nichts mehr. Ihr könnt die gar nicht mehr greifen. Ihr habt nicht mal mehr irgendwelche Informationen noch. Und da man das Geld in der Regel über ein Kryptowallet eingezahlt hat, hat man überhaupt gar keine Anhaltspunkte mehr. Die Telefonnummern, mit denen die mich angerufen haben, die waren immer gespooft. Das bedeutet, die haben sich die Rufnummern immer ausgedacht. Und das heißt, ich habe wirklich absolut gar nichts in der Hand. Also ich hätte jetzt zur Polizei gehen können, so viel wie ich will. Die Kohle ist einfach weg. Das ist ja Privatseite. Bei Konzentern ist alles laut. Und ist nicht so wie bei uns. Ja, das haben wir schon festgestellt, dass ihr wahrscheinlich Privat seid. Das haben wir auch rausgefunden. Ja, wir sind privat. Ja. Ja. Gerol, haben Sie bitte hier Anydesk installiert? Nee. Ja, dann machen Sie bitte, ja? Nee, ich installiere kein Anydesk. Können Sie dann parallel eine Registrierung hinterlassen? Noch eine. Ich habe doch schon so viele. Noch mal bitte? Na, ich habe doch schon so viele Registrierungen bei euch. Bei uns haben sie nicht. Doch, unter dem Namen Kleine Katze, Klaus Thaler, Gerold Steiner ist doch alles schon da. Wo ist Wilzen? Haben wir auch. Aha. Dennis Wilzen, damit habe ich dich auch schon angemeldet. Und, Gerold, ich wollte Ihnen auch etwas Goldes empfehlen. Ja. Aber, ich sehe jetzt gerade, weil, wie gesagt, der hat ein Fest in mir jetzt gerade und ich wusste nicht. Aber ich schaue jetzt in mein System, es steht eine Registrierung für Sie. Gerold, wirklich, jetzt ohne Spaß, weil meine Mitarbeiter macht auch sehr viel Spaß mit Ihnen. Deshalb, aber ich kann Ihnen wie einen Finanzexperten in diese Richtung, müssen Sie mit mir arbeiten. Sie können gerne anfangen mit 1.000 Euro, gebe ich Ihnen einen Bonus dazu und werken Sie zusammen direkt mit dem Bitcoin. Okay? Ja, also ich denke mal, dieses Callcenter, ja, oder wie auch immer, privater Finanzberater oder wie Sie es sich gerne nennen möchten, Privatbetrüger, tja, die versuchen es hier wirklich mit Engelszungen und möglichst, naja, mit Durchhaltevermögen an euer Geld ranzukommen. Aber trotzdem, man sieht ja jetzt, das Ganze hat sich erledigt. Die sind weg, spurlos verschwunden. Also, da können die Leute noch so nett am Telefon sein und noch so seriös erscheinen. Tja, wenn sie weg sind, sind sie weg. Und eure Kohle ebenso. Ich habe eine Visa-Card und Online-Banking habe ich auch, ja. Online-Banking haben Sie auch, achso. Oh, okay. Okay, der Roll ist, kann ich Ihnen jetzt in Ihrer E-Mail die Bankdaten senden und machen Sie bitte selber, weil bei uns ist verboten. Auch wenn Sie ebenfalls ein Any Day verringern, wenn Sie eine Zahlung an Online-Banking oder Master oder Visa-Card machen, bei uns ist das nicht erlaubt. Was ich machen kann, ich kann per E-Mail, die unsere Bankdaten senden und dann können Sie dann ein Online-Banking über Ihren PC tätigen. Ja, kann ich das? Okay, Gerold, wie lautet bitte Ihre E-Mail-Adresse? Na, habt ihr da keine im Computer? Äh, ich weiß das nicht. Ich muss anschauen. Ist da eine E-Mail-Adresse, wo die die Registrierung hinterlassen haben? Nur kommt drauf an, bei welcher Registrierung. Ich habe ja so viele hinterlassen. So, Sie haben Elena, dann Wilson, dann einmal mit Katze, aber wir wissen noch nicht, welche E-Mail-Adresse ist korrekt und seriös bei Ihnen. Sehr old. Na, seriös sind die alle nicht. Ja, deswegen frage ich doch. Ach so, ja. Ja, dann guck mal da, wo mit M, was mit M-D-C-C-Fan steht. Mit dem? M-D-C-C-Fan. M-D-C-C? Ja. Da bekommen Sie dann jetzt, wenn ich in ein paar Sekunden die Bankdaten sende, ne? Soll ich da gleich mal reingucken? Ja, bitte. Moment. Dann gehe ich erst mal zum Computer. Gerold, bitte, können Sie für mich das, können Sie für mich bitte das Buchstabieren, Ihre E-Mail-Adresse? Na, das ist ja, also was vorne steht, ist egal und dann at md-c-c-f-un.de. Gerold, Gerold, bitte, ich brauche eine E-Mail-Adresse und keine C-I-D-M-M-M-M-M. Na, das ist doch meine E-Mail-Adresse. Ja, wie lautet denn, äh, Gerold, wirklich, ne? Ja, zum Beispiel Gerold.Steiner at md-c-c-f-un.de. Gerold.Steiner at... M-D-C-C? M-D... Moment. M-D... Moment. Gerold.Steiner at... Und dann md. M-D... Ja, ein C und noch ein C. Zweimal C? Ja. Okay. F-U-N.D-E. F-U-N. Also... F-U-N. Ja, genau. Punkt? D-E. D-E. M-D-E. Ich kann Ihnen jetzt, äh, die unsere Bankdaten sehen. Und ich melde dann gleich bei Ihnen, also in 10 Minuten vielleicht. Ist das in Ordnung? Na, ich kann auch so lange dranbleiben. Haben wir ein längeres... Wieso, dann? Na, dann haben wir ein längeres Video. Also bleiben Sie dran. Ja. Schon geschickt? Okay, eine Sekunde bitte. Hm. Also, Gerold.Steiner at md-c-c. Hm. Dann? F-U-N.D-E. E-U-N. Nee, F-U-N. Also Fun.D-E. Fun. Also F-U-N. Fun. Ja. Fun.D-E. Okay. Ja. Ja, und dann war sie plötzlich weg. Aber sie hat gleich nochmal angerufen, um das Gespräch weiter fortzuführen. Ich weiß es nicht, wie sie jetzt hier tatsächlich noch denken konnte, dass ich da wirklich Geld einzahle. Ich meine, ich habe sie ihr nun mehrfach signalisiert, dass sie von mir keine Kohle bekommen wird. Aber irgendwie hat sie in ihrem Skript einfach weitergemacht. Ich weiß nicht, ob sie mit so einer Masche Erfolg hatten. Dem Anschein nach ja schon. Weil letztendlich haben die sich ja eine ganze Zeit lang gehalten. Vielleicht sind sie auch pleite gegangen. Ich weiß es nicht. Kann ja auch immer noch eine Option sein. Aber naja, wenn man so hartnäckig ist. Ich denke mal, da wird man genug Menschen finden, die da schon ihr Geld dann irgendwann einzahlen. Hartnäckigkeit zahlt sich ja sonst im Leben in der Regel auch aus. Ich hoffe nur, dass die nicht so viel Reibach gemacht haben. Und ich hoffe, dass sie auch nicht so viel Schaden damit anrichten konnten mit ihrem Verhalten. Aber das Traurige ist halt tatsächlich, naja, die waren ja immer freundlich und haben nie aufgegeben. Naja, und man kennt ja die Sprüche dazu. Und so ist es ja in der Regel auch. Genau. Ja, Entschuldigung bitte, weil ich habe eine E-Mail für Sie vorbereitet. Deswegen habe ich aufgelegt. Ach so. So schauen Sie mal bitte ganz kurz in Ihre Posteingang. Ich habe gerade eine E-Mail gesehen. Ja, ja, von Dennis Wilzen. Das steht schon. Von? Dennis Wilzen. Ja, richtig. Genau. So, das sind die Bankdaten. Ja. Bankname Ovid Global Limited. Richtig. Ja, und bei der IBAN, warum steht denn hinter der 5 noch ein E? Schauen Sie bitte nochmal. Ja, IBAN steht da LI 680881110103471 und dann kommt Y, dann 015E. Also ich wiederhole, die Bank, also die Bankname ist Ovid Global Limited, IBAN, LI 68088 und dann, ja. Ja, aber warum... Ja, aber warum... Ja. 103471, Y 015E. Und seit wann gibt es denn IBAN-Nummern mit Buchstaben dazwischen? Das kenne ich ja gar nicht. Das ist kein Problem. Aber seit wann gibt es denn das? Das ist eine IBAN-Nummer, das hat die Bank, die haben das nicht. Das ist die Bank Ovid Global Limited. Und dann haben sie BIC, BFR, Verwendungswerk, Transfer auf 1-2, Ovid Global Limited. Okay. Ja. Habe ich da stehen. Aha. Das ist länderspezifisch mit den Buchstaben. Das ist ja lustig. So. In Lichtenstein habt ihr die Bank. Hallo? Helena? Kuckuck. Hm. Jetzt kann ich dich nicht mehr hören. Hm. Den lege ich jetzt auf. Vielleicht meldest du dich ja nochmal. Oder der Wilken. Ist egal. Ja, und dann hat unsere nette Tante, unsere Fake-Elena, einfach wieder aufgelegt. Naja, aber sie hat sich dann in der Tat nochmal gemeldet. Und hat eine ganz komische Begründung dazu gehabt, warum sie denn das Telefongespräch abgebrochen hat. Also Kundenservice pur, sozusagen. Aber naja, hören wir mal rein. Ja, die Leute, sorry. Weil ich habe einen wichtigen Anruf bekommen deshalb. So. Sind Sie schon bei Online-Bänken? Nö. Okay, dann öffnen Sie bitte Ihr Online-Bänken in der Zeit. Ich kann Ihnen helfen. Wobei denn helfen? Bei der Überweisung. Ich habe jetzt gerade gesendet, die Bankdaten. Ja. Gerollt. Ach so. Aber ich überweise doch an euch gar kein Geld. Nicht an uns. Sie wissen ganz genau, das sind Bankdaten von der Bank. Das steht nicht, Elena oder Dennis. Nö, das nicht. Aber es gehört ja zu Ihrer Firma. Es ist das Gleiche. Nee, nee, nee. Das ist nicht gleiche. Das Geld sind erst einmal in der Bank. Und die Bank transferiert dann in Ihre Kapital, wo Sie mit uns arbeiten können. Das ist nicht für uns. Wie gesagt, Gerollt. Bisschen seriös, bitte. Weil, äh, Dennis macht auch, äh, auch ein bisschen Spaß mit jeder Kunde, ne? Ja. Der lacht gerne, der macht Spaß. Aber Sie müssen ein bisschen vertrauen an mich. Und mein Name ist Regina. Regina Conti. Ich dachte, Elena. Äh, Elena, ja, so rufte Dennis mich an, aber ich bin keine Elena. Sag ich Ihnen alles, äh, ähnlich, ne? Weil Sie bekommen auch gleich, Sie werden auch meine E-Mail. Ja, aber der, der, äh, äh, Dennis sagt immer, der bekommt einen Blowjob von dir. Äh, bitte jetzt, ja? Sagt der, wirklich. Kannst du auf YouTube nachhören. Gerollt, Gerollt, bitte. Das, äh, mit mir gehen Sie ein bisschen seriös. Weißer Dennis, äh, der macht Spaß mit Kunde, ist ganz andere Situation. Also, Sie haben fest eine Registrierung bei uns. Sie haben per E-Mail Ihre Bankdaten bekommen. Und bitte, wenn Sie mit mir arbeiten, seriös, möchten. Dann machen Sie eine Überweisung mit Online-Banking in Wert 1.000 Euro. Direkt danach gebe ich Ihnen einen Bonus und arbeiten wir zusammen mit dem Bitcoin in Ordnung. Aha. Sie kennen gerne den Beleg von der Überweisung beim, äh, die E-Mail-Adresse von Dennis. Kein Problem. Warum denn? Wie, warum denn? Und wozu, äh, wozu braucht denn Ihr da einen Beleg? Seht, seht Ihr doch denn auf dem Konto, oder nicht? Äh, nee, nee. Den Beleg von der Überweisung. Ja, aber wozu? Aber wirklich, Herr Scherl, ja. Ich hab mit Ihnen, äh, schon klar gesagt, wir sind, äh, hier am Arbeiten mit verschiedenen Finanzinstrumenten. Ich hab empfiehlt für Sie direkt Bitcoin. Wir arbeiten mit Kryptowährungen, Rostoppe, Forex, Index, Aktien und so weiter. Deswegen bitte, lassen Sie mal den Dennis, Dennis macht sich Spaß. Mit Kunden, ne? Aber der ist auch Experte in dem Bereich. Experte? Ja. Mhm. Mit Alkohol und Kippen auf Arbeit. Nee, nee, der Arbeiter, der trinkt keinen Alkohol. Und keinen Zigaretten, hier ist alles verboten. Ach so, aber er raucht ja mal beim, beim Sprechen, hört man ja auch. Nee, nee, der raucht nicht beim Sprechen. Nee? Der macht Spaß mit Ihnen. Ach so. Hier ist alles verboten. Äh, Gerold, ich hab, äh, gleich einen Termin, bitte, ja? Schon wieder. Sie haben jetzt alles von mir, ja? Und, äh, machen Sie eine Überweisung, um werden wir. Dann werden Sie mir glauben, innerhalb von zwei Wochen. Lass mich ein bisschen Profit dafür Sie tätigen. Und dann können Sie eine Auszahlung tätigen. Direkt danach. Ich hab grad eure Facebook-Seite gefunden. Unsere Facebook-Seite? Ja. Sie haben keine Facebook-Seite. Nicht? Nee. Auf Facebook gibt's Bankfx-Trade. Nein, nein. Nee, dann ist das irgendwer anders. Vielleicht ist was anders, aber wir haben kein Facebook oder so. Gerold, äh, ich melde mich in einer Stunde wieder, ja? Alles klar. Ich hab die Zeit vorbereitet, danke Ihnen. Bis später, tschüss, auf Wiederhören. Tschö, tschö, tschö. Und das war dann leider der allerletzte Beitrag von diesem Callcenter Bankfx-Trade. Ich hab grad mir die Unterlagen nochmal angeschaut, die ich mir zu dem Callcenter hier gesammelt habe. Ich hab das Ganze auf jeden Fall gemeldet. Ich weiß es nicht, ob es daran gelegen hat, kann man nie genau wissen, aber ich hab natürlich die, ähm, die IBAN-Adresse dementsprechend weitergeleitet. Nun sind sie mittlerweile weg. Was auch sehr auffällig war und was ich natürlich auch mit nachgeliefert habe, die E-Mail-Adresse von Dennis Wilson war tatsächlich auch noch eine Outlook-Adresse. Das heißt auch noch privat. Naja, vielleicht hat's dem das Genick gebrochen. Wissen tun wir das natürlich nicht, behaupten möchte ich das ja auch nicht und deswegen steht's auch nicht im Titel. Schade ist es natürlich drum, dass wir den Wilson hier eventuell gar nicht mehr hören werden und, naja, ob das jetzt die Elena war, das wissen wir natürlich auch nicht so richtig. Das, äh, behauptet der Wilson halt immer und sie sagt auch selbst, der Wilson hat sie Elena genannt, aber wir hatten ja auch schon eine andere Elena dran. Zumindest eine andere, angebliche Elena. Ich hoffe, euch hat das Video von, ja, dem letzten Anruf mit Wilson gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Dann sprengt auf jeden Fall die Kommentare noch dazu, was ihr so von dem Wilson gehalten habt und vielleicht habt ihr auch ein paar Informationen dazu, ob andere Scambäder den Wilson immer noch am Telefon haben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich schaue zwar auch die anderen Kanäle, aber natürlich sind's mittlerweile so viele Kanäle geworden, dass man da auch schon irgendwann den Überblick verliert. Und, ähm, ja, jetzt seht ihr hier noch eine Playlist mit weiteren Videos. Auch mit Videos vom Play, äh, vom, 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 vom Wilson findet ihr in der Playlist. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.